Guten Tag und herzlich willkommen bei der HSH Dämmtechnik, Ihren starken Partner für konfektionierte Dämmstoffe und Speziallösungen. Von der technischen Beratung über die individuelle Fertigung von Dämmstoffen bis hin zur Komplettlösung. Wir bieten je nach Bedarf alles aus einer Hand. Wir unterstützen Sie kompetent als Handels- oder Industriepartner, Bauherr oder Architekt bei unterschiedlichsten Projekten. Kurzfristige Gefälleplanungen oder die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für komplexe Vorhaben mit optimalem Dämmstoffeinsatz sind für uns kein Problem. An zwei Standorten in Deutschland fertigen wir neben Standardteilen auch komplett individuelle Dämmstoffsysteme. Mit unserer Expertise und modernem Maschinenpark fertigen wir Ihre Dämmstofflösung. Und liefern just in time. Fragen Sie direkt Ihren regionalen Dämmstoffexperten an die HSH Dämmtechnik.